Wir sind gerade in einer Garnitur von der Lokalbauer in Itzling und unter uns arbeitet der Eisi, der ist bei uns Lehrling und den schauen wir uns genau an. Und wenn ich sage unter uns, meine ich es auch so. Servus Eisi, ich habe dir dein Werkzeug dabei. Danke schön. Was tust du denn da gerade? Ich tue da gerade Faltenburg, der wir stehen. Achso, du bist ja Metalltechniker bzw. Maschinenbautechniker, dürfen eigentlich kein Problem sein, oder? Nein, ist ganz gut. Du bist ja jetzt eine Woche da. Wo warst du denn vorher? Warst du ja schon in anderen Abteilungen? Ich bin vorher in der Schlosserei gekommen, in der Fuhrwalderstoß. Also da kommt man im ersten Lehrjahr hin. Da sieht man alles von Schwarzen bis Trance. Du kommst ja aus St. Wolfgang. Ich habe gehört, du möchtest deine Zukunft bei der Schafbergbahn verbringen. Das war ganz fest, wenn ich rausgekommen bin. Also wenn ich die Gesäme von Schaf, dann komme ich da raus, hoffentlich. Und da werde ich oft schauen, was ich da mache. Wie geht es dir mit deinen Lehrlingskollegen? Sehr gut. Es ist eine gute Arbeitsklima. In der Kampleiten Salzburg, was ich bis jetzt gesehen habe. Also sehr viele Jahre. Wir haben den Lehrlingsaufflug, die Weihnachtsfeier. Wir sind eigentlich sehr gut alles organisiert. Wir haben die Werksschule jede Woche. Wir haben viel gelernt für die Berufsschule. Und da hast du einen Vorteil natürlich? Definitiv. Okay, dann würde ich dich gar nicht mehr weiter stören. Mach's gut. Du machst das eh. Da mache ich mir keine Sorgen. Tschau, bitte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020